Zurück geschaut und noch mal unterhalten fühlen. Unser Blick zurück ins Wochenende der HSTV-Flashback unter dem Motto 5 gewinnt. Unser Wochenquintett im Schnelldurchlauf. Heiße Bikes der BRC Semper zelebrierte die 20. Ausgabe des Saison-Highlights, dem großen RTF-Wochenende. Gleichzeitig war das die Hauptstadt-Sport-Premiere. Party auch bei FAS Berlin. Die Eishockey-Cracks des Traditionsklub begehen die neue Saison und testen gegen den Kooperationspartner von den Eisbären Berlin. Auf die Freundschaft beim BSV ADW. Da wurde eine lässige Murmel geschoben. Kegeln ist das Stichwort. Gut Holz und ab die Fahrt beim Pokal der Völkerfreundschaft. Von den Routiniers zu den jungen Champs. Beim Kids-Cup des LTTC Rot-Weiß zeigten die Tennis-Asse von morgen ihr Können genau da, wo in zwei Wochen auch der Davis-Cup gastiert. Noch mehr Nachwuchs, diesmal von der SG Neukölln. Und der ergatterte sich beim Heinz-Stacho-Pokal zweimal das Treppchen. Fünf hat gewonnen, fünf hat unterhalten. Unser Hauptstadt-Sport-Quintett im HSTV-Flashback. Zurück geschaut und Spaß gehabt. Sie wissen, wie wir los Someone Uma Nugre Experience Grad hob Stay zu clear. Tschüss. 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 meditating.